So, und hier sind wir im Vortragsraum, also hier haben wir die Vorträge uns angehört. Es ist nicht nur der Ort, wo wir während der Philosophie-Konferenz uns Vorträge angehört haben, sondern das ist auch ein Ort, wo sich jede Woche Leute treffen am Abend und über Bitcoin reden. Also viel genutzter Raum hier. Hier ist ein weiterer Ort, den ich Ihnen gerne zeigen würde. Es wird ein bisschen... Es wird eine Überraschung. Oh, okay. So, ja, es gibt noch einen weiteren Ort, den wir euch zeigen wollen und das ist eine kleine Überraschung. Bis gleich. Tschüss.